Hi, mein Name ist Alina und ich mache die Ausbildung zur Automobilkauffrau. Ich find's richtig cool, dass man in der kaufmännischen Ausbildung alle Abteilungen, beispielsweise die Werkstatt durchläuft. Außerdem fühle ich mich durch regelmäßige Azubi-Besprechungen gut aufgehoben. Man sollte kommunikativ sowie zuverlässig und selbstbewusst sein und ein freundliches und gepflegtes Auftreten haben. Hi, ich bin Almir. Ich bin Azubi in der Werkstatt als Kfz-Mischathroniker. Bei Nürn gefällt mir besonders gut, dass uns der Weg in die Zukunft gezeigt wird und wir viel Wissen durch Schulungen und Lehrgänge bekommen. Du solltest ein technisches Verständnis haben, genauso wie ein handwerkliches Geschick und natürlich Spaß an Autos. Hi, mein Name ist Alex und ich mache die Ausbildung zur Fachkraftverlegeredustin. An Nürn ist besonders, dass dort auf einzelne Persönlichkeiten eingegangen wird. Was sollte man mitbringen? Interesse an Autos, organisatorische Fähigkeiten und wenn man auch mal Kundenkontakt hat, sollte man ein freundliches Auftreten haben. werden nicht Louis欢 machen, die sich promoter noch auf einzelnen Fragen zu tun. Genau. Bis zum nächsten Mal.